Hallo und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge ist von Special Track Mania immer noch 4 3 Kacknoobs können wir es nächsten immer noch mit den drei Kacknoobs also bist du dabei doch auch Prozent und die Städte die Lerner der Mann irgendwie komisch aus dafür habe ich extra ungefähr Prozent in einem halben Liter Apfel Scholle gesorgt da kommt also noch mehr ich habe es muss man da runterfallen erst mal ausprobieren anscheinend Kurve Kurve Wer hat's da weggehauen Decke Straße Sprung Sprung Nicht da Oh mein Gott Nein Ich bin durchgefallen Jephz mit dem Looping Philipp Haasde Musik aus Ähm Sie sehen auch keine da Rochd brust beim Verlade WooO Ich mach's hier aus wenn ich wenn ich das nicht Wenn sie leute Das mache ich sehr süß Damit es Video garantiert gesperrt wird So Oh Gott, nein, das sind auch Löcher Ach, jetzt check ich's Ja, in die Löcher kann man reinfallen Wenn du mal nicht hinguckst, bist du drin Oh, da ist das Ziel Oh, oh, oh Bobby nicht gut Nein, jawohl, oh, oh Faktor aus, mich davor noch runter Jawohl, erster Was zum Was, ja, du bist der erste, der im Ziel war der einzige Das ist mir egal, ich bin erster Ja Ja, bis jetzt ist anscheinend noch keiner im Ziel Hallo, vertreibt Marco vom ersten Platz bis ich mal da weiter Bin ich mal so weit Ja, das passiert jetzt gleich, also man ist, ich mal so weit bin, das Ziel zu finden Yeah, ne andere ist auch im Ziel, aber der ist zweiter Du müsstest mich verarschen, ist voll leicht Scheiße, schlägt's mich Ey, ist voll scheiße, aber ich bin immer noch nicht im Ziel Gott, bremsen So, Kurve, oh Nein, nein, nicht jetzt noch Jetzt habe ich wieder ausversehen, auf Enter gedrückt, diese Endtaste, ich baue sie aus, Junge Ich kaufe dir die Holztastatur, da kannst du das machen Ja, genau Aber du kannst auch nur fünf Millionen Mal auf die Tastendrauf drücken, dann zerfallen die in ihre Einzelteile Das ist natürlich nicht so toll Boah, jetzt mache ich Bestzeit, Junge Boah Boah Dritter Streng dich halt an Ja, mach ich doch Boah Alter Wenn jemand aufgibt Jetzt So, wo muss ich jetzt hin? Ach so, nur hohe Niveau voller kann die Folge nicht mehr mehr Nein Wieso? Wieso? Ähm Ja Allein das CO2, was CO2 angekürzt ist, äh Ding Doch das CO2, dass ich gerade die Atmosphäre gepustet war Was? Was? Allein das CO2, den ich in die Luft, jetzt gepustet habe Der hat bestimmt schon wieder zwei neue Ozolöcher freigesetzt die die Götter für Gott wie soll ich damit einer hat meine Flasche aufschrauben vor allem die Kriegs auch noch und so ich habe drei Sekunden Zeit 3 Obst Schaub aber der Deckel liegt jetzt irgendwo der Kiel wird sich freuen ich darf es aber nichts Falsches machen weil ich da was Falsches macht da bin ich wieder am rumschreien aber ich habe aber ich habe was ich bin war ich schon mal im Ziel nein ja nein du bist voll scheiße und ich bin immer noch vierter das Ziel ist in Sicht das war bei mir auch in Sicht und dann fliege ich immer vorbei Junge das sei richtig scheiße Gott Löcher das ist ich bin gerade in so einer Kurve jetzt das Grunde der Zeit dann habe ich in 360 Prozent Grad Backflip gemacht Gott so gut nein nein vollem aufrufen die Papa jetzt will ich war Junge die Scheiße sagt ja eigentlich die Strecke ist voll einfach sie ist nicht einfach das ist voll einfach auch bei der sie ist nicht einfach wenn der Scherpfiff mein Ziel gewesen ungefähr die Scheiße die Schacht Lecher nahe so ein Fall kann ich sie jetzt noch machen ob er ruhig bleibt habe ich Marco verdrängt so du bist ja sie mich verarschen ja ich stecke jetzt schon einfach also sechster ist für mich natürlich dritter aber naja willst du mich verarschen what the fuck wie konnte ich dir den Sprung nicht schaffen ja komm Philipp jetzt machst du das auch noch mal besser und der siebte auch noch mal darauf gebe ich dicken Rülpse L ich bin Prozent er hat es ist da ist nicht er und erhältlich dass sie in einem schafften wenn ich auch die Welt vor unten im grünen Rumsfeld stelle ich hier hin und schaue ich zu wie sie alle übermütig darunter fahren wo denn wo bist du denn nach dem Ziel direkt wo ist das als das aus als die Schäuze scheint er ist ja auch tief ist dritt da sie liefst wird sogar die Kiki geht wie er nicht mehr darauf gebe ich erst mal ein Börs Städte ist einfach manchen lieben ich weiß nicht die Hauptkunft sie nicht ins Ziel ja so sieht es aus oder war denn jetzt war also echt das kann man nicht bieten er ist da abgeliefert das Woffel gut ich habe es als Philipp also er hat die Schnauze auch die Strecke sieht schon mal kompliziert aus gar keine Ahnung ich habe sie zehn Sekunden jetzt zwei Sekunden gesehen stimmt niemand ist wo ist mein Handy auch da ach komm man fängt es ja an hier komm uuuhhhhhh ach du meine Güte ach du meine Güte ach du meine Güte man kann das gleich ins Ziel fahren oder was das ist ein Checkpoint hä ne das ist nicht ich glaube rechts war die falsche Abzweigung links war die falsche äh rechts war auch die falsche what hä ich glaube ich weiß es ob du es da oben hochkommen oder ja das geht gar nicht ja und ob es geht hä lass mich verarschen nee so nicht es geht nicht ich berühre das nicht mal nein ja erstmal noch eine aggressive Rockmusik dahinter weißt aber das war scheiße ich glaube ich weiß wie es geht wie es einmal hier durch hallo ich glaube mehr Checkpoints gibt es nicht oder ich versuch es einfach mal ah ja ich glaube nein Fassar warum bin ich da hängen geblieben wie wir wie machst du es tun nein das geht doch nicht habe mich getäuscht weil was hast du gemacht was ich das gleiche vor Hauptgrad ich bin um dagegen geflogen es muss doch möglich sein jawoll ich bin oben und befragt nein nein scheiße wie denn wie soll man das machen oben drauf ich bin auch oben drauf glaube ich jetzt nicht nein ich bin was was bist du im Ziel mein nein ich bin nicht im Ziel man ist verhungert hier ich glaube die Strecke braucht wieder ein Waste ich bin schon wieder oben hochgekommen keine Ahnung wie ich das vorher gemacht oh Alter nein das saß nicht da aus der Kurve raus man darf nämlich nicht den ganzen Flug Gas geben er hat ja dann ist perfekt auf die Rampe und Scheiße nachkommen ich dachte ich schaff's ich habe vor zwei Mal miteinander gestört natürlich voll die Logik wenn du in der in der Luft kein Gas gibt es dann das ist halt das nächste Mal wenn ich Fallschirm springe dann tue ich einfach mal meinen Motor anwerfen und Prozent das nur zu einem Reifen drehen und der Reifen hat es natürlich und ich habe ich kommt nicht ins Ziel es ist noch keiner im Ziel zu spät so ist es hier vorsichtig heute ist ein Ziel ernsthaft nein nein zu knapp ähm bitte was das kann man nicht schaffen was sie hat das mit 28 Sekunden gemacht jawoll hab's wieder geschafft ich bin zweiter ach Philipp äh wie hast du das du hast es mit 32 Sekunden geschafft das ist ja gar nicht ha nein das fand ich gut ne ne nein 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 ja ach Sie going here jetzt kommt nein scheiß auf die Zeit ich will überhaupt irgendwie mal ins Ziel kommen geht das links rum auf ja das geht in beide Richtungen Philipp muss man da einfach Vollgas fahren bei der Schanze was für eine Schanze jetzt kann ich schon wieder vergessen er hier ja ich kann sie nicht mehr schaffen jetzt die Strecke einfach weil ich es nicht schaffe nein kann ich die Werten an wer halt hat die haben wir alle noch überholen er ist er ist vor wie viel da war ich noch mal ich bin ich bin juhu ich bin ich bin sie wollen ich bin ich bin sie gekommen und nein wenn die Strecke schon wieder so ausziehen die die in m der Verachter meine Güte die es war muss sie n es war keine gleich mit der Stadt versendet Gott und Gott ich auch und ich hätte Stimmten ist ein weil ich schaff's nicht mal da überhaupt Prozent auf die Strecke da wieder zu kommen ja heute Pro auch weiter muss man hinter soll es nicht schon gehen ja fast als Tades aus Korn und Kacke Alter und Deinem Ziel 25 Sekunden er fährt die Strecke wahrscheinlich täglich er hat sie konstruiert das stimmt es kann auch noch vorkommen Prozent es könnte der Haare machen so als verschiedene Strecke bauen Prozent die alles kann ich nicht auf die die Tor drücken was soll er dann dann mache ich einfach so eine Strecke da gibt es egal so dass es im Ziel ich bin im Ziel wie hast du das gemacht ist voll einfach ja jetzt das heißt ich bin am Ende wieder besser wie du das ist Ziel und mich legt zurück kurz hin ups da bin ich wohl vor Marco jetzt habe ich so auf dich gehabt das habe ich Kurven voll scheiß ich habe mich auch fünf Millionen mal zurückgesetzt immerhin vor dem Dialog vorm Tier aha okay vor hier vorm Tier Alter das gibt's nicht bist du scheiße für eine Bridge-Stab Eifel der Papi ich hoffe es macht dir nichts alles so gut Saga Marker war da von der Seite mehr wie an der Seite mal bin ich noch mal ein Stückchen besser ach du heilig er wird gefragt das wurde voll die gute Zeit hab's mir gerade auch gedacht eiskalt fünfte einfach nur so ich bin neunter ach halt die Fresse ja die Strecke ist ja zum Glück einfach was was machst du denn eigentlich Philipp ey du musst einfach die silberne Rampe hochspringen das ist so dumm was für die Silberne Rampe ja am Anfang halt geil da sind die Schaffung also ich dachte die Rampe die Kapitel ja und dann musst du da links bei dieser Ding der Springer links wenn du gegen die Wand dahin fährst ich will ja nur helfen jetzt hier sind sie neunter da hast du ja Marco verdrängt was ich kriege einfach keine gute Zeit hin nee das gibt's nicht ich hab meine Zeit verbessert bin aber trotzdem sechster es geht einfach nicht es geht nicht die sind zu gut man hat's ein Skill-Ax hier das ist Wahnsinn wie man dieses wie kann man dieses Spiel suchten das gibt's nicht Zeit verbessert ist Philipp vor mir nee gut da hab ich mir aufgepasst ach man kann's eh nicht mehr schaffen ich stell mich da hin ja so wie's ich grad fahr kann man's ja auch nicht mehr schaffen man kann hin boah und jetzt grad wo ich so ne gute Zeit hab mhm 5,4,3,2,1 jawoll nein und ich hatte doch so ne schlechte Zeit ich bin sogar noch ins Ziel mann wie ich keine bessere Zeit als 28 Sekunden geschafft hab das gibt's doch nicht das war Folge 2 von Special Trackmania nein die ist noch nicht zu Ende doch nein doch ich hör jetzt auf tschüss